So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke und ich möchte euch ein kleines Update geben zum Gesundheitszustand von Adi. Ich habe eine gute oder eine schlechte Nachricht für euch. Die gute Nachricht ist, Adi ist wieder zu Hause. Er ist wieder da, er sieht ein bisschen lädiert aus, das ist sein aktuelles Foto. Ihr seht am Bauch fehlt ein bisschen Fell, an der Pfote hier an dem Bein fehlt ein bisschen Fell. Ich kann sogar die Kamera mal rumdrehen, er sitzt nämlich gerade glaube ich hier unten. Der liegt da unten und putzt sich. Adi Schatz, alles Gute. Der macht auf jeden Fall gerade einen fitten Eindruck, aber neben der positiven Nachricht, dass Adi wieder zu Hause ist, habe ich noch eine schlechte Nachricht und zwar Adi ist krank. Und das nicht einfach so mal einen kleinen Schnupfen oder irgendwas, er ist krank und er ist richtig schwer krank und das ist auch nicht heilbar und ich weiß nicht wie viel Zeit ihm jetzt bleibt. Und das möchte ich euch irgendwie in diesem Video ganz kurz erklären, selbst als ich das gestern nämlich erfahren habe und bin dann jetzt heute zur Klinik gefahren gleich früh, um ihn abzuholen, da habe ich immer wieder während der Fahrt sind mir diese Aussagen durch den Kopf gegangen. Bei manchen Katzen, da kann das sein, dass die dann noch bis zu einem Jahr oder so durchhalten und leben und bei anderen ist das schon nach einem halben Jahr vorbei. Es kann natürlich auch sein, dass in zwei Wochen einfach umfällt, also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt freuen soll darüber oder was das jetzt für ein Zustand sein soll. Denn wenn es jetzt vorbei gewesen wäre, ja, es wäre schrecklich, man hätte getrauert, alles total, vielleicht hätte man irgendwann sich wieder aufraffeln können, man hätte sich aber damit abfinden müssen. Jetzt hast du einen Zustand theoretisch erreicht, wo du jeden Tag den Gedanken hast, dass es heute der Letzte sein könnte und lebst jetzt jeden Tag eigentlich irgendwo, hast du ein mulmiges Gefühl und machst dir einfach total viel mehr Sorgen. Es weiß keiner, was wie wo, es liegt jetzt an ihm selber, aber er ist auf jeden Fall nicht gesund. Was er genau hat, das möchte ich euch jetzt irgendwie erklären, ich habe da auch nochmal so einen Artikel auf, wo das drin steht und gleichzeitig möchte ich mich auch nochmal bei der Community bedanken. Denn ich habe gestern um 15 Uhr das Video hochgeladen, wo ich ja erklärt habe, ich habe ständig Anfragen bekommen, hey, hast du kurz Zeit zum Kämpfen, hast du kurz Zeit zu traden, mein Account ist weg, mein Account ist permanent gesperrt, alles, das sind die Nachwirkungen vom GoFest wahrscheinlich, der ist weg, ich habe keinen Zugriff mehr und gleichzeitig ist das mit Adi auch noch gewesen. Ich saß ja gerade beim Tierarzt, habe noch getauscht, meine Pokémon getauscht, die Paldea Starter getauscht, während ich gewartet habe, dass wir endlich drankommen und auf einmal Permabann und ich denke, was ist denn jetzt los? Ich sitze hier, meine Katze liegt gefühlt im Sterben und jetzt ist der Account weg, wie kann das sein? Gut, die einen würden sagen, ja, das ist doch nur ein Tier und das ist doch nur ein Spiel, aber mein ganzes Leben lang habe ich schon immer nur in die Scheiße gegriffen und es war alles so schwer immer und so eklig und so Mist. Damals der ganze Rotz, elf Jahre Beziehung für die Tonne, dann das mit dem Stiefvater, der gestorben ist, mit meinem richtigen Vater, der auch davor schon gestorben ist, mit meinem Bruder, mit meinem besten Kumpel, der überfahrt. Also es ist dein ganzes Leben lang immer nur Luch und Truch und Tod und Schmerz und Verabschiedung und irgendwo hatte es diese App gepackt, dass ich in meiner tiefsten, dunkelsten Phase mit Pokémon begonnen habe zu spielen, also diese App zu spielen, zu machen, mir einen Account zu machen, Spaß daran zu haben und mich hat das abgelenkt. Gerade als ich dann Videos drüber gemacht habe, mich hat das abgelenkt, mich hat das rausgeholt, mich hat das rausgebracht, ich hatte zu tun, ich hatte Ziele, ich habe das jeden Tag, seit 2016, jeden Tag habe ich dieses Game gezockt, jeden Tag habe ich da drin gesteckt, jeden Tag habe ich das gemacht. Es war Stress, gerade als ich Videos für den Kanal dann gemacht habe, es war Stress, ich hatte was zu tun, es war gleichzeitig Spaß, ich war abgelenkt. Andere Dinge, die dann passiert sind, konnten dich gar nicht mehr so hart treffen, weil du eh so im Stress und so beschäftigt warst, dass du das alles irgendwie nur so nebenbei wahrgenommen hast. Jetzt, das mit Adi, so blöd es klingt, wenn ich meinen Account noch gehabt hätte, wären die letzten Tage nicht so extrem schlimm gewesen, wie sie jetzt waren, wenn du einfach wirklich da sitzt und an die Wand starrst und keinerlei Ablenkung findest und nichts machen kannst, dir auch nichts mehr Freude macht und auch das, was dich immer irgendwie abgelenkt hat, plötzlich verschwunden ist und du dich mit den schlimmen Dingen im Leben konfrontiert siehst, die man nicht wahrhaben will, die man ertragen will und muss, aber ein Mittel hat, womit man alles irgendwie ertragen kann, weil einem das durch diese Zeit hilft und das war weg und die Situation gleichzeitig auch so schlimm. Nur mal für euer Verständnis, wieso das alles, warum mir der Account auch so viel bedeutet, mal abgesehen davon, dass da 8.000 Euro drinstecken oder mehr und mein Ziel ja immer war alles zu haben und ich gefühlt alles dann hatte und so viel reingesuchtet habe, gerade mit den Legendären und dem ganzen Scheiß, was man da ausgegeben hat. Aber fern davon möchte ich mich bei der Community bedanken, denn ich habe gestern 15 Uhr dieses Video also hochgeladen, habe da gesagt, was mit dem Account ist, habe da gesagt, was mit Adi ist und plötzlich habe ich zwei Spenden bekommen, die habe ich dann auch mal in den Community-Tab gepostet, weil ich mich bedanken wollte. Normalerweise, wenn wir im Stream sitzen und jemand was spendet, dann wird das ja mal angezeigt, da steht auch immer da Futter für Adi-Spenden, das ist richtig toll und die Leute wissen ja, wenn sie spenden, dass sie eigentlich für ein Adi spenden. So hat nach dem Video gestern 15 Uhr mich diese zwei Spenden erreicht, freiwillig von euch einfach so getätigt, das waren 55,50 Euro. Gleichzeitig hat mich Paula angeschrieben. Paula, obwohl ich mit ihr nicht so gut war und wir im Schlechten eigentlich auseinandergegangen sind, kam sie auf mich zu, hat gesagt, komm, eigentlich sehe ich dich doch als Kumpel an und ich bin da für Leute, die mir wichtig sind und ich weiß, wie wichtig dir Adi ist, ich weiß, wie wichtig dir auch dein Account war, ich möchte dich da unterstützen, ich weiß, so eine Tierarzt-Rechnung ist hoch, wird teuer, da ist jede Hilfe auf jeden Fall gut. Ich habe zwar in dem Video gesagt, ich bin zwar Hartz-IV-Empfänger, aber ich kriege das alles gestemmt, weil meine, ich bin pflegeleicht, ich verbrauche nicht viel, ich ernähre mich von den Nudeln, die ihr mir schickt, ich ernähre mich von den Biers, die ihr mir schickt und so weiter. Wenn Sandra, wenn Pupsi da sagt, komm, ich bringe dir mal eine Scheibe Brot mit oder meine Mutter sagt, oh, ich bringe dir noch eine Scheibe Wurst oben drauf, dann ist das ja okay, ich brauche nicht viel, deswegen habe ich gesagt, ich stemme das von meinem Hartz-IV, das kriege ich hin, alles okay, egal wie teuer das ist, ich kriege das hin. Und trotzdem haben Leute gespendet, trotzdem hat Paula gesagt, sie möchte auch was spenden. Und dann habe ich gedacht, okay, falls es mehr Leute gibt, die da draußen sitzen und die sagen, sie möchten gerne was dazu geben, weil sie das gerne machen wollen, weil ihnen eine Art ja auch so am Herzen liegt, habe ich dann diesen Link, diesen Spenden-Link mal geteilt öffentlich. Und ihr wisst gar nicht, was dann passiert ist, neben den 50 Euro und 5,50 Euro ging es den ganzen Tag gestern. 5 Euro, 20 Euro, 20 Euro, 10 Euro, 10 Euro, 10 Euro, 10 Euro, 1,13 Euro, der gute Zei. Also manche haben wirklich ihr letztes Hemd gegeben. 20 Euro, 20 Euro, 10 Euro, 10 Euro, 9 Euro, 40 Euro, 5 Euro, 25 Euro, 21, 21, 23, 45, 15 Euro, 35 Euro, 10 Euro, 10 Euro, 20 Euro. Dann kam irgendeine Fake-Nase, die gedacht hat, es ist lustig, wenn jetzt in dieser Zeit man meinen blauen Samyang-Buldag-Account nachmacht und sich umbenennt, auch in Samyang-Buldag und sich genauso kleidet und anzieht wie ich und dann die Leute aus der Community edit, dass die denken, dass das mein neuer Account ist und dann, keine Ahnung wer das ist, wenn ihr den seht, fallt nicht drauf rein, nehmt den nicht an, das ist irgendein Arschloch und dann ist gut. Dann haben wir hier 10 Euro, 50 Euro, die 150 Euro von Paula, nochmal 2 Euro, nochmal 5 Euro. Dann habe ich ja jetzt gepostet, weil das war jetzt das Letzte, was so da, jetzt Adi zu Hause. Das heißt, in den ganzen Spenden sind ca. 400 Euro zusammengekommen, plus die 150 von Paula extra dazu, plus Andreas Dumannoman hat gesagt, er hat auch nochmal 120 Euro überwiesen. Insgesamt seid ihr dann bei 4, 5, 6, 6, 670 Euro. Ihr seid so geisteskrank, weil die Community von gestern 15 Uhr bis heute 14 Uhr 670 Euro für Adi gesammelt hat, für seine Krankenhausrechnung, für seine Tierarztrechnung, für seine Tierklinikrechnung, für alles, was er da hat. Ich habe die Rechnung auch hier von der Tierklinik, ich kann euch das andere sagen und da seht ihr genau, dass ihr einfach spitze seid und das weiß ich nicht, dass ihr einfach die beste Community seid, die man sich wünschen kann und das alles, obwohl es auch anders gegangen wäre, aber ihr einfach immer wieder euch übertrefft. Jetzt aber, nach der Danksagung, also wer möchte, kann immer noch für Futter, für sonst was, für Medikamente, was dann dazu noch kommt, jederzeit gerne was dalassen, auf freier Ehrenbruderbasis, aber ihr müsst nicht, es ist okay, die Rechnungen sind auch alle getilgt, das passt alles, also es ist alles bezahlt. Was ist aber jetzt das eigentliche Problem? Wir sind mit Adi also zum Tierarzt gegangen, weil er sich ja zurückgezogen hat, weil man gar nicht mehr wusste, was los ist, sie hat nicht mehr gefressen hat. Sie hat dann auch gesagt, es könnte sein, dass es eine Entzündung ist, wir nehmen mal Blutwerte, kommen sie am nächsten Tag nochmal vorbei, vielleicht ist es auch was mit dem Herzen, aber das müssen wir erstmal schauen, wenn es sich verschlechtert, kommen sie nochmal, ansonsten kriegt er jetzt ein Schmerzmittel. So waren wir also am Dienstag, nee, am Montag. Wir waren am Montag beim Tierarzt hier in Meiningen, da hat er ihn erstmal untersucht, da hat er sich nichts weiter gefunden, nur ein paar Auffälligkeiten, hat dann die Blutprobe gemacht, die sie Dienstag oder Mittwoch auswerten wollten, je nachdem wann es geklappt hat. Über Nacht von Montag auf Dienstag hat sich das aber so verschlimmert, seine Lage, er hat dann so schlecht geatmet, so hektisch geatmet, so laut geatmet, so schwer, die ganze Nase hat sich schon hin und her geschoben, weil alles so schwerfällig war. Er hat richtig gelitten, das hat man dann schon gesehen, sodass wir am nächsten Tag gleich wieder, weil das erst ab Mittags war, wahrscheinlich weil dann auch das Schmerzmittel nachgelassen hat, sind wir wieder zum Arzt, wieder zugleichen am Dienstag, haben ihn dann nochmal vorgestellt, sie hat ihn abgehört und gleich gesagt, der hat Wasser in der Lunge, das ist auf jeden Fall kritisch, das geht nicht, der muss sofort überwiesen werden in eine Spezialklinik hier, in die Tierklinik, nach Laudertal, das hier ist was anderes, was jetzt hier steht, der wurde nach Laudertal in die Tierklinik überwiesen, wir sind mit ihm am Dienstag da hingefahren, die haben den da abgenommen, sie haben verschiedene Untersuchungen gemacht und sie haben auch gesagt, ja, das Wasser muss raus aus der Lunge, sie haben geröntgt nochmal, gesagt auch, sie haben schon etliche gehabt mit so einem Befund, die es gar nicht geschafft haben, die sich gar nicht mehr aufgerabbelt haben, die nicht mal die Behandlung dort überlebt haben, das hat einem natürlich keine Hoffnung gemacht, sie wollen aber gucken, dass die Medikamente anschlagen, dass das Wasser aus der Lunge gezogen wird, damit sie am nächsten Tag, am Mittwoch, einen Herzultraschall machen können, denn dann ist erst die Kollegin da, die macht den Herzultraschall und die kann dann genau schauen, ob es jetzt eine Ursache hat vom Herzen her, ansonsten hätte es nur ein Tumor sein können oder ein Trauma oder einfach nur Infektion, aber die Blutwerte sahen so gut aus, es hätte was mit dem Herzen sein müssen, sie haben also nachgeschaut. Jetzt wurde tagsüber angerufen, am Mittwoch, dass das Wasser so gut zurückgegangen ist, sehr einigermaßen stabil wäre, sie dann noch den Herzultraschall machen, wenn die Kollegin kommt und dann Bescheid sagen und dann wir ihn auch abholen können am Mittwoch. Falls ich bis 17 Uhr nichts gehört haben sollte, sollte ich nochmal anrufen. Jetzt habe ich bis 17 Uhr natürlich nichts gehört am Mittwoch, jetzt habe ich 17 Uhr natürlich angerufen am Mittwoch, jetzt war irgendeine Kollegin dran, die gesagt hat, dass die behandelnde Ärztin, die den ganzen Tag mit mir geredet hat, die ist ja schon gar nicht mehr da und die andere Kollegin, die das Herzultraschall machen soll, die ist zwar da, aber die macht gerade was anderes und das Herzultraschall ist noch gar nicht gemacht, obwohl es ja eigentlich schon längst hätte fertig sein sollen, war es noch nicht gemacht, man hat sich gleich wieder Sorgen gemacht, ist total panisch wieder geworden, man wusste gar nicht mehr, was heißt das jetzt, dann liest du dir irgendwelche Bewertungen durch, dann verunsicherst du dich wieder, dann haben sie gesagt, wir sagen ihnen definitiv heute noch Bescheid, dann hast du wieder gewartet, 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, es war 20 Uhr, du hast dann gedacht, gut, da ist eh rund um die Uhr jemand da, da werden ja auch Tiere über Nacht gelagert und gelassen, rufst du 20 Uhr nochmal an, erkundigst dich nochmal, was jetzt bei rausgekommen ist, 20 Uhr, hat aber keiner mehr gehört, weil dann das Personal, was am Empfang sitzt, nicht mehr da war und eigentlich du keine Chance mehr hattest, dort anzurufen und dort nachzufragen, wir haben uns so schlecht gefühlt, so mies, ich saß wieder heulend da auf dem Bett und war total fertig mit der ganzen Welt und wieder habe ich gemerkt, ich habe nichts zum Ablenken, ich habe nichts, was gerade mir irgendwie den Kopf frei machen kann oder womit ich mich beschäftigen kann, sonst hat man immer was gemacht, mal ein bisschen PvP, Geschenke verteilt, Pugebox aussortiert, so blöd es klingt, so kindisch es gerade vielleicht sein mag für manche, doch, das hat einfach immer, man hatte immer zu tun damit, so dass man erstmal ein bisschen Zeit überbrücken konnte, dann gegen 22 Uhr kam der Anruf, der gesagt hat, dass das Herzultraschall gemacht worden ist und es ist das Herz, es ist der Herzmuskel, der Herzmuskel wäre wohl dicker und kräftiger als normalerweise, also wäre verdickt, man sollte sich das vorstellen wie ein Glas Wasser, wenn die Seitenwände von dem Wasserglas immer dicker werden, aber sich nach innen verdicken, passt immer weniger Wasser in das Glas rein und irgendwann passt kein Wasser mehr in das Glas rein, weil das Glas ist dann zu und dieser Herzmuskel verdickt sich immer mehr und das ist angeboren, das ist eine angeborene Herzkrankheit, die seit der Geburt besteht und die seit der Geburt immer weiter sich ausgebreitet hat, sich verschlimmert hat und es jetzt mittlerweile ein Stadium erreicht hat er auch, wo er dieses Wasser in die Lunge bekommen hat, wo er dann nicht mehr atmen konnte, wo er dann entwässert werden musste und wo man jetzt Medikamente nehmen muss, damit der Herzmuskel gestärkt wird, dass er überhaupt noch funktioniert und pumpen kann, wo er Tabletten kriegen muss zur Entwässerung, er hat jetzt hier zwei verschiedene Medikamente bekommen, einmal Tabletten zur Entwässerung, wo er jeden Tag zwei Stück nehmen muss, einmal Tabletten, Kautabletten für den Herzmuskel zum Stärken und ja, das war dann der Punkt, dass das was ist, was nicht heilbar ist. Es ist nicht heilbar, es wird nie wieder gesund werden. Man kann es auch nicht aufhalten, nicht, dass es so vorangeschritten ist und jetzt hat man es erkannt und das war es. Es wird weiter voranschreiten, es wird sich immer weiter verschlechtern. Man kann durch die Medikamente nur versuchen, es zu verlangsamen, dass er noch mehr Zeit hat, aber definitiv wird er sterben und wird kein normales Katzenleben haben und alt werden wahrscheinlich. Er wird einfach eher gehen und man weiß nicht, wie lang. Und dann hatte die gesagt, dass das sein kann, dass er noch ein Jahr vielleicht hat. Bei anderen, die haben es nur ein halbes Jahr geschafft, es gab auch schon Fälle, da war es nach zwei Wochen vorbei. Und es tut ihnen unendlich leid, dass sie jetzt erst anrufen und sie hatten noch zwei Zwischenfälle, mussten noch zwei OPs machen und sie möchten mir entgegenkommen, auch dass das nicht so teuer wird. Sie müssen ihn noch mal da lassen, von Mittwoch auf Donnerstag berechnen, den Donnerstag aber nicht, was ich dann schon sehr kulant fand, weil manche dann gleich wieder spekuliert hätten, ja, Halsabschneider, ist ja klar, dass sie das so lange hinaus zögern, weil er ist jetzt stabil, die lassen ihn trotzdem noch mal dort, damit sie den Ticks nächsten Tag noch berechnen können. Haben sie aber nicht gemacht, die hat sich tausendmal entschuldigt, die hat den heutigen Tag, den sie eigentlich komplett hätte berechnen können, nicht berechnet. Wir haben wirklich nur diese eine Übernachtung dann gehabt und die zwei Tage, wo er da war, mit dieser Verdröstung eben, dass wir ihn heute abholen können und er dann Herzmedikamente bekommt und vor Ort die Kollegin dann auch noch mal gesagt hat, dass es der Herzmuskel ist und das sich immer weiter voranschreitet und er momentan stabil ist, es ihm momentan ganz gut geht, er jetzt auch keine Sauerstoffbox mehr braucht, er aber jetzt immer seine Medikamente nehmen muss, immer zweimal täglich, zweimal zwei Tabletten, zwei Tags, zwei Frühs, zwei Abends und ich weiß nicht, das ist eine Situation, wo man denkt, ey, er ist wieder hier, es ist alles schön, aber irgendwo hast du ständig jetzt im Hinterkopf, dass jeden Moment irgendwas wieder sein kann oder es vielleicht vorbei ist und das ist auf jeden Fall, es ist, es ist nicht mehr das, aber er ist erst mal da und mir ist das auch wichtig. Ach so, ich wollte, ich habe beim Tierarzt, habe ich für die zwei Tage, wo wir dort waren und das untersucht haben, das waren ungefähr 270 Euro und jetzt bei der Tierklinik, was sie da alles gemacht haben, haben die aufgelistet, sind noch mal 640 Euro ungefähr, 600 Euro für die Tierklinik direkt und 40 Euro, also 30 Euro, das andere waren 607, 30, 30 Euro Medikamente. Jetzt kriegt er also jeden Monat für 30 Euro Medikamente, wir müssen jetzt regelmäßig dann mit ihm immer zur Tierärztin, die muss immer wieder abchecken, einmal im Jahr muss man jetzt immer wieder zu dieser Tierklinik, muss dann immer gucken, wieder Herzultraschall machen, ob das alles passt oder ob es sich sehr verschlimmert hat und wie weit es vorangeschritten ist. Das heißt, ihm geht es gut, jetzt, im Moment, wir müssen ihn jetzt beobachten, ich weiß auch gar nicht was wie wo, ich traue mich auch gar nicht mehr weg, großartig, weil er muss jetzt immer seine Vitamine kriegen, er muss jetzt immer seine Tabletten kriegen und er ist erst mal hier und jetzt liegt es an ihm selber, wie stark er ist, wie tapfer er ist, jetzt liegt es daran, wie die Medikamente anschlagen, wie gut das wirkt, wie weit es das ein bisschen verzögern kann, aber er ist auf jeden Fall krank und ich weiß nicht, wenn man jetzt sagen soll, man stellt sich darauf ein, man hat ein Jahr und lebt jeden Tag so, als wäre es sein Letzter, man will ihn irgendwie schonen, aber auf der anderen Seite will man ja auch, dass er sein Leben genießt. Sandra hat gleich gesagt, lass den keine Fliegen mehr fangen, wenn die Fliegen da rumhüpfen und er will die Fliegen fangen, der muss sich schonen, denk an sein Herz, sonst was. Aber eigentlich, was ist das Leben, wenn du keine Fliegen mehr fangen kannst? Du willst doch die Fliegen fangen, du willst doch nicht einfach von anderen schon so behandelt werden, als wäre es schon vorbei. Dann lass ihn die Fliegen fangen, dann lass ihn mit Molly rumkämpeln, dann was weiß ich, achthalt auf ihn und wenn was ist, Arzt, fertig, scheißegal, kommt die nächste Rechnung, aber Adi ist auf jeden Fall hier, weil er liegt immer noch da unten. Guck doch mal hin, das sieht doch schon wieder ganz anders aus. Die ganze Zeit hat er da gehangen und hat sich verkrochen im Bad, wo man ihn gar nicht gesehen hat und jetzt liegt er einfach wieder mitten da, mitten im Weg, dass jeder drüber stolpert, der vorbei will. Es sieht einfach aus, als würde er einfach chillen, die Atmung ist auch wieder stabil, er atmet wieder ganz normal, er atmet ganz ruhig, es ist alles normal. Durch die Medikamente, die den Herzmuskel stärken, die die Flüssigkeit aus der Lunge gezogen haben. Ich fühle mich trotzdem irgendwie besser, muss ich sagen, gerade jetzt, weil er wieder da ist. Ich habe zwar gesagt, ich möchte eine Pause machen, auf der anderen Seite merke ich, dieses Nichtstun frisst mich auch irgendwie auf. Ich habe den Drang, irgendwas zu tun und deswegen werde ich vielleicht trotzdem morgen versuchen, ein Video zum Raid-Boss-Wechsel zu machen. Das sind ja nur eine halbe Stunde, wenn wir kurz spazieren gehen, ein Raid machen und dann bin ich ja eh wieder hier. Ich werde die Premiere am Freitag und am Samstag trotzdem weglassen. Ich wollte eigentlich eine Premiere machen, Freitag, Samstag, aber ich möchte jetzt erstmal, dass das hier alles über die Bühne geht, was mit dem Account ist und wie auch immer, da werdet ihr ab nächster Woche dann irgendwann was hören. und vielleicht wäre es auch sinnvoll, trotzdem am Sonntag Raids für Zuschauer zu machen, da da eh nicht so viel los ist und nicht so viel geradet wird. Sonntag man aber die Möglichkeit hat, sich zusammenzusetzen. Das heißt, gerade wenn ich Sonntags von 10 bis 12 Raids für Zuschauer anbiete, ist das ja eine Gelegenheit, dass ihr in den Stream kommen könnt und wir zusammensitzen, ich mich nicht alleine fühle, ihr nochmal Fragen stellen könnt, wir noch ein bisschen quasseln können. Vielleicht tut mir das auch gut. Ja, ich habe gesagt, Auszeit, ja, ihr habt gesagt, nehm dir so viel Zeit, wie du brauchst, aber ich merke, dass gerade drüber reden und dass sich damit auseinandersetzen dann trotzdem was bringt. Deswegen würde ich morgen versuchen, ganz normal den Community Raid zu machen. Adi ist am Start, Adi ist stabil, Adi soll sich ja jetzt nicht fühlen, als wäre er behindert, er soll sich ja trotzdem fühlen, als wäre alles normal. Und Sonntag würde ich trotzdem den Stream versuchen, dass wir einfach da sitzen und das Ganze auch noch ein bisschen aufarbeiten können, sodass wir am Monat vielleicht normal weitermachen können, nur ohne Pokémon-Account. Aber mit Chill, mit Ramses und Bier. Ihr seht, man ist zu Scherzen aufgelegt. Das war's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich, danke bei euch für die heftigen Spenden. Bei einer 640 Euro Rechnung, 670 Euro Spenden zu kriegen, da habt ihr schon mal noch eine ganze Portion Medikamente gleich mit abgegolden. Ach so, übrigens habe ich diesen Artikel ja eigentlich nur drauf gemacht, jetzt habe ich gar nichts dazu gesagt, weil hier stand alles mit Herzerkrankungen bei der Katze, Erkrankung vom Herzmuskel. Was ist eine Kardiomyopathie? Die Ursache der Hypertrophen-Kardiomyopathie. Hier steht zwar immer dabei, dass das oft bei älteren Katzen auftritt, die halt was mit der Schilddrüse oder den Nieren haben. Sie kann aber auch völlig gesunde Tiere betreffen. Die genauere Ursache ist häufig unbekannt. Sie kommen bei einigen Rassen häufiger vor. Bei Perserkatzen, es wird vermutet, dass es auch eine genetische Ursache hat und vererbt wird. Woran erkennen Sie eine Herzerkrankung? Soll ich es mal vorlesen? Habt ihr so viel Zeit? Ich weiß es nicht. Ich kann den Artikel auch gerne mal verlinken in der Beschreibung. Ich kann ihn in der Beschreibung verlinken. Ich kann ihn anpinnen als Kommentar. Es steht halt alles da. Auch dieses, diese... Gewichtsverlust, Keuchen, Ruhelosigkeit, Husten, Ohnmacht, Anspellung von Körperteilen, Sauerstoffversorgung ist halt schlechter. Also, der hatte dann auch nicht mehr gefressen. Er hatte dann auch diese Atemprobleme gehabt. Die Folgen stehen auch da. Die Diagnose steht da nochmal alles. Die Therapie, was man machen kann mit diesen... Mit diesen Medikamenten, die das Herz stärken. Und Medikamente, die die überschüssige Flüssigkeit vermindern. Steht also alles hier mit in dem Artikel dabei. Also, wer nochmal genaueres nachlesen will, oder wer sagt, das kennt, Er hat das auch mal gehabt bei einem Hund oder bei einer Katze. Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich versuche das jetzt mal hier unten anzuheften. Und ansonsten bedanke ich mich für die tolle Community, für die Kraft, für die Zeit. Ich bin einfach nur froh, dass Adi wieder da ist. Und ich ihn jetzt den ganzen Tag beobachten kann, auch wenn er das gar nicht möchte. Weil er einfach denkt, lass mich doch in Ruhe. Sonst gehe ich wieder in die Klinik. Da könnte ich wenigstens schlafen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.